Der Grund, warum ich für die DHW arbeite, ist, dass ich schon als Schüler das erste Mal hier gearbeitet habe als Ferienjob und habe da guten Kontakt mit aufgenommen. Das hat mir auch sehr gut gefallen hier in Ferien. Und dann habe ich mich entschlossen, dann nachdem ich eine Lehre gemacht hatte, noch zu studieren und nach dem Studium habe ich dann meine Diplomarbeit sogar hier geschrieben und habe dann hier 1997 in der Festanstellung angefangen. Ich übe den Job bei der DHW im Bereich der Arbeitssicherheit aus. Also ich bin Sicherheitsfachkraft. Also letztendlich geht es beim Thema Arbeitssicherheit darum, möglichst keine Arbeitsunfälle im Unternehmen zu haben und mit dem Thema Vision Zero verfolgen wir genau die Zielsetzung. Das heißt also, wir wollen wirklich versuchen, dass wir überhaupt keine Arbeitsunfälle in allen Unternehmensbereichen haben, um letztendlich allen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, dass alle so gesund nach Hause gehen, wie sie kommen. Die DHW würde ich empfehlen, weil es ein sehr solides Unternehmen ist. Es ist ein Unternehmen, was sich langsam und stetig weiterentwickelt und was vor allen Dingen Leuten, die einen Einstieg suchen, was Berufsleben angeht, glaube ich, viele Möglichkeiten und viele Chancen bietet, sich in alle möglichen Richtungen weiterzuentwickeln. Deswegen würde ich die DHW immer wieder weiter empfehlen. Und vor allen Dingen, es ist ein sicherer Arbeitsplatz und von daher würde ich das auf jeden Fall immer wieder weiterempfehlen.